die Pflicht betest, ohne eingebete Sunnah, du machst nur Pflicht, sagst du mindestens 17 mal am Tag was? Ihdina sirat al mustaqim. Führ uns den geraden Weg. Und Allah festigt dich an diesem Tag, wenn du nach diesem Wort lebst. Wenn du nicht nach diesem Wort lebst, vielleicht stirbst du anders. Es gibt Geschichten darüber. Es gibt Geschichten über Leute. Achim, da war ein Mann gewesen, der war ein Mujahid und der konnte den Koran auswendig. Und dann hat er sich in eine Frau verliebt, eine christliche Frau, und die hat von ihm verlangt, dass er vom Islam abfällt. Und der ist vom Islam abgefallen. Und dann kam eines Tages, Achim, möge er uns bewahren. Allahumma thabbit kudu bin ala dinik. Da kam eines Tages dann ein Muslim und haben ihn gefragt, was ist mit dir passiert? Du warst Mujahid, du hast so viel vom Koran gekonnt, kannst den Koran noch? Hat er gesagt, ich habe alles vergessen, außer einem Vers. Und in diesem Vers sagt Allah sinngemäß, dass ein Tag kommen wird, wo diejenigen, die Kuffar sind, sich wünschen werden, sie werden Muslime gewesen. Da war der einzige Vers, den Allah nicht vergessen lassen hat. Das heißt, dass der Tag kommen wird, wo sich der Käfer, weil ich kann den Vers jetzt nicht auswendig, wie gesagt, ich kann den Vers jetzt nicht ganz auswendig, hier dieser Vers. Das heißt, wird dieser Tag kommen, wo diese Leute sich wünschen würden, sie wären Muslime gewesen. Das war das. Eine andere Person, der hat immer diese Liebe, immer den anderen Weg gegangen. Und immer das, womit du dich am meisten beschäftigst, das ist vielleicht das, was du in deinem Sakrat al-Mod sagst. Das haben wir gesehen. Leute, die haben eine bestimmte Musik immer gehört, die Haram ist, ja, eine bestimmte Musik hat. Und dann, als sie im Tod waren, fingen sie an zu singen. Die sagen zu ihnen, sag, leilai lalla, sag leilai lalla. Hier, das ist das feste Wort vor deinem Tod und der fängt an zu singen. Tarkan oder was weiß ich hier, Jigijim, Jigijim oder so, ja. Stehst du? Ach ja. Kannst du dir vorstellen? Und dann ist das das letzte Wort. Einer, der hört Unkul-Zum-Musik laut, das ist so eine arabische Sängerin. Der Scheich, der kommt zu dem nach Hause, der will dem letzte Instruktion geben. Und voll laut, das ganze Haus schallt von Unkul-Zum-Musik. Der sagt, taqullah, fürchtet Allah, mach die Musik raus, tut mal Koran rein hier. Bitte, sich ans Jenseits erinnert und so weiter. Was sagt der Mann? Dann sagt dieser Mann, der im Sterben liegt, sagt, mach den Koran raus, tut Unkul-Zum wieder rein. Denn die beruhigt sozusagen mein Herz. Boom, in dem Moment stirbt er. Andere Leute, andere Leute, der stirbt, der hat einen Autounfall, junger Mann, was ruft der? Der ruft nach seiner Freundin, achi. Letzte Woche, der ruft nach seiner Freundin. Achi, deswegen, wenn man nicht danach lebt, du musst nicht denken, achi, die schlimmste Fitna ist bei deinem Tod. Achi, jetzt, du hast den Scheitan neben dir. Der lässt dich das Leben führen, dass Allah dich nicht festigt in diesem Moment. Und dann bist du weg vom Fenster, möge Allah uns bewahren. Achi, sogar große Gelehrte, der Scheitan kam zu, den hat gesagt, hier werde Christ, werde Jude, werde dies, werde das. Der versucht, was meinst du, wenn du in diesem Moment bist? Achi, vielleicht kommst du in diesem Moment, a'udhu billah, und du hast es, Allah zu begegnen. Warum? Warum hast du es dann? Weil du dein Diesseits zerstört hast? Weil du dein Jenseits zerstört hast und das Diesseits aufgebaut hast. Und dann weißt du, du hast dir im Diesseits einen Palast gebaut? Warum sollst du dann ins Jenseits gehen, was du zerstört hast? Deswegen, Brüder und Schwestern, müssen wir für dieses Wort arbeiten. Und deswegen sage ich jedem hier, Brüder und Schwestern, alle, die hier sind, ich möchte nicht, dass einer heute rausgeht, ohne sich vorzunehmen, fünfmal am Tag zu beten. Aber, jeder soll heute hier rausgehen, um sich vorzunehmen, zu beten. Wenn er nicht beten kann, es sind genügend Leute hier, die ihm das Gebet beibringen können. Er soll jemanden fragen, sich nicht schämen. Weil man braucht sich dafür nicht zu schämen. Schämen muss man sich, wenn man hier rausgeht, um sich nicht vorzunehmen, zu beten. Dann, wenn jemand sagt, die nächste Ausrede ist, manche Leute sagen, ja weißt du, ich praktiziere den Islam noch nicht so gut und deswegen kann ich nicht beten. Das ist Quatsch. Das ist vom Scheitan. Achhi, weil wie willst du, was ist schlimmer, eine Freundin zu haben oder nicht zu beten? Nicht zu beten ist noch schlimmer. Nicht zu beten ist schlimmer, als irgendeine A&B-Mucke zu hören. Ja? Das heißt, bete und das Gebet wird dich wegholen von dem Weg. Denn Allah sagt im Koran, Das Gebet hält von den Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten ab. Das heißt, wenn du betest, kommst du von deinem Weg weg, aber wenn du nicht betest, kommst du nicht weg von deinem Weg. Deswegen fange heute an zu beten. Was gibt es noch für eine Ausrede? Ich habe Arbeit. Geh zur Arbeit, frage den Chef, ob du dort beten kannst. Glaub mir, du kannst es. Ach, wir haben einen Bruder gehabt, der hat fünf am Tag gebetet. Oder, aber der hat abends ein Gebet nachgeholt, weil ein Gebet konnte er nicht auf der Arbeit beten. Und dann hat er geweint. Hat er den Abu Jibril angerufen und hat geweint. Er hat gesagt, ja, ich kann das eine Gebet nicht beten und so weiter und so fort. Dann hat er zu ihm gesagt, hör mal, hast du deinen Arbeitgeber mal gefragt? Dann hat er gesagt, nee. Dann hat er gesagt, guck mal, bete heute zwei Rakats, bitte Allah, dass der Arbeitgeber dir Dienst gibt. Dann geh morgen dahin und frag ihn, ob du das Gebet beten kannst. Dann geht er dort rein, er betet das, er betet, bittet Allah. Du kannst auch im Suju zum Beispiel beten, ja, die Bitte machen und so weiter. Du kannst auch hier, oder die Hände zum Beispiel so heben oder auch ohne. Und sage zu Allah, gib mir die Kraft, dass ich dort beten kann und mache das, der Arbeitgeber mir das erlaubt. Was macht er? Der geht zu seiner Arbeit. Der Chef, der ist total cool drauf. Und so hin und her, ja, kommen Sie mal rein, hin und her, kreuz und quer. Dann sagt er, ja, schauen Sie mal, ich muss hier beten und hin und her. Dann sagt der Chef, ach ja, kein Problem, ja, gucken Sie mal. Dann gucken wir jetzt mal an einen guten Ort, wo Sie beten können, wo Sie auch keiner stört. Ich würde sagen, hier ist gut. Dann ist der Chef hingegangen, hat er dem riesengroßes Handtuch geholt, guck mal. Hat das dort hingelegt, ja, hier haben wir so eine Art Teppich, hat er dem abgeschnitten, ja. Das war irgendwie so eine Fabrik gewesen, also so eine Art Teppich gebracht. Und dann hat er mit allen Leuten drumherum geredet, die nicht Muslime waren. Und er hat gesagt, wenn einer den beim Gebet stört, kriegt er Ärger mit mir. Kannst du dir vorstellen? Ach ja, du musst nur wollen. Aber das ist der erste Schritt, du musst nur wollen. Und ich sag dir, wenn die Arbeit, wenn die Arbeit dir verbietet, Dings zu machen, gib die Arbeit auf, morgen kriegst du eine bessere Arbeit. Glaub es mir. Jedes Mal, wenn du irgendwas für Allah lässt, Allah gibt dir danach was Besseres zum Tausch. Glaub mir. Er gibt dir was Besseres. Allah sagt im Koran, Wer Allah fürchtet, dem schafft er einen Ausflug, dem versorgt er, von wo er es nicht erwartet hat. Ich mache jetzt erstmal Pause, damit wir das Gebet machen können. Ich muss dann auch mit du machen. Ich bitte, Brüder, wir haben heute bestimmt noch genug Zeit miteinander zu reden, obwohl mit jedem werde ich wahrscheinlich keinen Smalltalk halten können. Ihr seht, es sind einige Leute hier. Aber was ich sagen will ist, Brüder, ganz kurz, ich werde nachher noch einige Tipps geben, wie man auf dem festen Weg bleibt. Es gibt hier auch bei uns auf der Internetseite, Einladung zum Paradies, da gibt es eine Rubrik, die heißt regelmäßige Aktivitäten. Und da findet ihr auch Unterrichte hier in Köln, die gemacht werden, und Unterrichte in Dormagen. Weil für euch ist es wichtig, Brüder, damit ihr dabei bleibt, ihr braucht regelmäßige Ermahnungen. Wie der Koran. Das heißt, damit ihr euch trefft, gibt es zum Beispiel einen Bruder, Wissam, der ist Syrer, und auch der Abu Djemal, der macht sonntags hier normalerweise in einer Moschee Unterricht. Und deswegen ist es wichtig für euch, ich weiß nicht, was diese Moschee hier anbietet, aber jetzt vielleicht auf Türkisch oder keine Ahnung, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der kein Türkisch kann oder was auch immer. Ja, hier gibt es etwas. Und wichtig ist, dass sie immer wieder zurückkommt. Das Schaf, was von der Herde weggeht, wird vom Wolf gefressen. Wenn du jeden Tag nur eingeladen wirst zum, was weiß ich hier, Neuschwanstein, gibt es überhaupt noch Neuschwanstein? Egal, ja, Nachtflug ist jetzt in, habe ich gehört. Weil, auf jeden Fall, wenn du nur dazu eingeladen wirst, ja, oder was weiß ich, andere Aktivitäten, und es kommt kein Rufer zur Moschee, dann stirbt dein Herz irgendwann. Und einmal die Woche reicht nicht, du mal. Versuche, so oft wie möglich zu kommen, weil du brauchst einen anderen Freundeskreis. Das, was dich wegbringt, ist das Umfeld. Du gehst raus hier und sagst, ey, kommst du mit nach da, kommst du mit hier, kommst da, da. Ey, wow, wow, wir haben die Army Party und so, verstehst du? Und deswegen brauchst du jemanden, der dich zur anderen Party einlädt. Verstehst du, wenn man das Party nennen kann? Nämlich, die Süße des Glaubens zu schmecken. Die kannst du nur, wo schmecken? In der Moschee, Inschallah. Und ich sag euch eins, also wenn ihr mit uns unterwegs wärt, ne, da würde keiner mehr denken, dass das Leben als Muslim langweilig ist, glaubt mir. Ich glaube, ich glaube, wenn der Verfassungsschutz uns abhört im Auto, ich glaube, die sind sich den ganzen Tag nur krank am Lachen, ne. Ja, ist egal. Vor allem, wenn man den hier dabei hat. Ich habe immer schon gedacht, der hat immer schon gedacht, ich wäre ein bisschen crazy. Aber jetzt haben wir noch einen dabei, ey, der ist nicht zu schlagen. Haben wir jemanden hier, der Islam annehmen will? Wenn jemand hier ist, der Islam annehmen will, bitte die Hand mal hoch machen. Oder zeig, du willst Islam annehmen? Jetzt? Okay, dann komm nach vorne, Inschallah. Allahu Akbar! Hör mal, das muss man bis nach Leverkusen hören. Allahu Akbar! Komm nach vorne, Inschallah. Gut, dann haben wir schon wieder einer mehr auf dem Weg zur Islamisierung. Alhamdulillah. Okay, du kommst, woher kommst du? Angola. Dann sprichst du auch Portugiesisch, ne? Jedes Mal habe ich Angolaner und dann kann ich immer die drei Sätze auf Portugiesisch sprechen, die ich kann. Tut du, Bam? Selbstverständlich. Alhamdulillah. Okay, bist du nervös? Okay. Wir machen Inschallah, ja? Al-Shadu. Al-Shadu. An. Al-Lah. Al-Ilah. Illa-Illallah. Illa-Allah. Wa. Al-Shadu. Al-Shadu. Adna. Adna. Muhammeden. Muhammeden. Rasulullah. Rasulullah. Allahu Akbar. Dann bin ich der erste, der dich gratulieren darf. Erstmal lass mich gratulieren, Inschallah. Amen. Joder, guck mal.